Oh! Toten! Noch die Köln einmal hinter mir? Ja! Oh je, wo sind die Schuhe? Der Weg ist heute. So, weiter. Na, da drunter liegt doch bestimmt noch einer. Oh Gott! Erschreck mich nicht so. Und, Munitionsküste, hier haben wir Stahl her. Ja, dann gleich. Okay. Ob ich dich freilich habe? Ne, mach schon. War nicht sehr geil. Ein Eisen. Warte, bist du getan? Nö, nö. Alles gut erstmal noch. Ich schleiche mal kurz hoch. Okay. Gucken wir erstmal hier rein. Tür Nummer eins. Ist zu. Ah, schön eng hier, ne? Nett. Sammel Klo. Hm. Hm. Okay. Tür Nummer zwei. Okay. Und das ist die verschlossene Tür. Okay. Warte. Ich guck mal. Äh, warte. Ich guck mal. Äh, fisch. Nee, gibt keine Fishing Rod. Also können wir es zerlegen. Ja. Noch eine Bremse. Okay. Hinter der Tür. So, bereit halten. Okay. Kein Zombie da. Ah, sollte ich ja glatt mal die, äh, Bettner auseinander bauen, hm? Ja, mach ich mit. Was? Hast du das? Ja, ja. Aber du krieg mit der Hand im Auto, oder? Äh, vergiss deine Tasche nicht für's Quest. Absolut. Da geht's dann noch hoch, aber wir machen erst mal die Betten, ne? Weil das Gitter über den Betten sind. Nicht alles ist Bett. Wiesst du das? Mhm. Ach, das ist ja. Okay. Das sieht irgendwie so ein Kumpel aus. Dabei ist doch der Tag neu. So. Okay, hier ist nichts. Geht aber noch eins hoch. Oh, ich bin schon wieder stark überfüllt. Aber hey. Hä, hier ist gar nichts. Hier ist ein Pilz. Möchtest du ein Pilz haben? Ja, ich bin auch ein Pilz. So, was ist hier? Geht's hier zu nem Geheimgang, oder was? Was ist hier los? Nee. Will ich runterkommen? Ja. Gut, wir sind schon fertig. Können wir rausgehen. Boop. Wir waren ja jetzt überall. Genau, hier ist vor. Jo. Gut. Nächste Quest, oder? Ja. Ähm. Welches denn jetzt? Äh, welches denn welche? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Die hier. Im Nord, Süd, Ost. Irgendwo Ost. Äh. Window Factory? Ist das die? Ah ne. Das ist die Window Factory. Okay, also die anderen da. Kann man die Eisenbohre ganz lassen, oder? Kann ich die zerlegen und die Fehler? Zerlegt die ruhig. Echt? Ja, ja, ja. Wir haben welche zuhause. So. So, ich habe viele Lockpicks. Jetzt müssen nur Lockpickbare... Lockpick... Truhen. Oh, okay. Da sein. Hallo Kuh. Nein. Obwohl, die hat 200. Die hat nicht 900. Und war das andere Lockpick ein Stier? Willst du Lockpick machen? Na, warte mal. Ich pass auf. Wir machen das mal sicher. Ja. Ja. Frechentum? Ne. Du sagst, Frechentum schieben soll. Sonst schießt dann immer gleich. Ja. Ah, jetzt hast du es abgelenkt. Ist tot. Wir sind schon gefährlich. Hm. Okay. Äh. Welche? Ja, die hier. Nehmen wir mal einen Schluck trinken hier nochmal. Uh, cool. So, let's open. Okay. Makes sense. Soovig. Soovig. I can explain. Tja, 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 Tja. Tja, Tja! Tja, Tja. Aber zu dem wollen wir glaube ich nicht. Warte mal, kommst du mal kurz zurück? Ja. Oh, hier ist so eine Werkstatt, nett. Aber nicht jetzt, brauchen wir auch noch gar nicht. Ich habe bloß die Blaube in der Mitte. Hm, hab's schon sehen. Ja, viel Dreck im Schwimmbad, ne. Und Müllsäcke liegen auch rum. Hm. Aber das Auto können wir ja looten. Da kann ich die Müllsäcke machen. Noch ein Schwimmbad. Was? Da lang. Wir müssen ins Schwimmbad. Echt? Oh, da ist eine. 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 Ja, bevor wir das Quest machen, gehen wir in die kleine Bibliothek. Vielleicht kriegen wir... Und hier? Einmal bitte einnehmen. Gehen wir erstmal zur Bibliothek. Aber ach doch, ich hab trinken. Ist gut. Ja, die waren eigentlich ziemlich cool. Oh, seit wann steht denn da eine Stahltür? Ist ja frech. Haben sie neu gemacht. Ja, wir machen erstmal so weit, wie es geht. Ach, noch eine. So. Was hockt denn hier? Schön viele Bücher. Boah, das ist alles... Okay, warte. Hier muss es irgendeinen Eingang geben. Boah, guck mal, wie viele Bücher hier da drin sind. Guck mal, da oben auch. Ja, das ist Holz. Das Loch ist Holz. Okay. Ich hab auch. Einfach hier hoch, ja? Ja. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht weiter, das Dach war. Nö, du müsstest weiterkommen. Du hattest einen vergessen. Boah, das ist... Der setzt den automatisch hoch, wenn ich springe. Ach, wegen den Buchstaben. Die Buchstaben. Aber das ist auch alles Beton. Aber ich glaub, wir buddeln uns, dann hauen wir uns durch. Äh. Oh. Au. Ähm. Können wir nicht diese Streben hier machen? Sind die tollen Streben nur? Boah, 7000. Sie sind ja noch schlimmer. Ähm. Tja. Warte mal, lass mal. Das hier ist normaler Stein. Das wäre am schnellsten hier. Hahaha. Auf. Okay, warte mal. Wir müssen mal reingucken. Vielleicht sehen wir irgendwann. Geht das? Nee. Die Tür dauert am längsten. Das heißt, wir gehen... Ach, ich hab ja ne Spitzhacke. Neben der Tür rein halt. Weil wenn du guckst, ist das alles so. Da ist keine... Weiche Fläche, wie es aussieht. Ja, es wird halt einen Moment dauern. Aber guck mal die ganzen Bücher. Das wird sich schon lohnen. Wird hier an der Seite aber reingehen, denke ich. Hier. Einmal. Den Turm, wenn du so sie zu uns stellen? Joa. Warte, guck dir das an, wie viele Bücherregale und Buchkisten. Den oberen zuerst. Einmal du und nicht oben. Wir müssen ja eh beide machen. Okay. Das war's. Mal auf der anderen Seite. gut selbst wenn man jetzt eine Weile brauchen reinzukommen so viele Bücher auf einmal findest ja nirgendwo anders früher war es einfach nur ein Holzhäuschen mit so ein paar Regalen ja ja die schlagen auf die Stahltüre das wäre hier eine gute Zwischenbeinsted Ding eigentlich ja das ist komplett Beton das Teil aber sowas machen wir nicht klingt halt auch nicht wie ein Ferala von einer naja ich guck mich immer mal um Kraftstoffprotokoll Schlüssel mit Saft ich glaube man muss Schüsseln und nicht ein Glas nehmen für Harz da steht Schüssel mit Saft also ich nehme mal Schüssel mit Harz die Kisten wird ich dann oben aufmachen die Regale können wir beide looten also ich vermute einfach mal dass dieses Lucky Loot dann nur für die Kisten zählt und nicht für die Regale Regale warum ist es einfach so ja passt ja passt ja 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 normaler Zombie komm nicht raus komm nicht raus komm nicht raus komm rein lass den lass den dann kommt auch ein Zombie nicht rein erstmal musst du so jetzt ducken und dann rein na dann na dann loot ruhig die 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 Regale ja nehmen wir alles mit nebenan ja oh ja Stahlwerkzeug Lederarmor Hunting Rifle ha jetzt könnte ich eine Werkbank herstellen ja motion sind so nett schrottflinten doch muss ich von hier lesen ja obwohl liest du mal schrottflinten du würdest die eher benutzen als ich dann hier liegt hinter dir liest du das ruhig mal ruhig lesen mach ich gleich wie sie Schmiede und Bälge herstellen naja hast du schon alle? na jetzt muss ich noch die Kisten hier oben müssen wir ausbauen warte ich lese mal kurz nimm ruhig genau ja Rucksack oder Schreibtisch? ne? liest es erstmal ne du musst es lesen vom Spiel aus ach so oder rechts klicken ne? doch ah ok genau das levelt nämlich deinen Schrotflinten direkt hier ich geb dir nochmal ne neue Lenker 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 Ja Lenker Speaker ja nehme ich auch so dieses Gedönster Stretcher Pfff kannst doch du ähm ist egal äh Dings hier Tools for Trade kannst du lesen weil es habe ich schon gelesen den nehme ich bitte danke äh aufräumen den selber lesen ne und nochmal Schrotflinte ach jetzt ist es ja hier jetzt habe ich doch hier Amor Schirmatic Oh Bogen basteln Level Anforderung Waffenzubereitung 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 1 Mhh Mhh Nö Nö Ok Wir holen jetzt noch die Kiste War es doch noch so schönheit oder war es das? Das war's Ne da ist noch ein Buch Ich seh es von hier Wo? Ich seh es von hier Du hast noch ein Buch was war es denn okay gut noch mal kurz gucken ob alle leer sind sieht gut aus wenn ich jetzt ein pro herstellen ja gewaltig ich bin ja schon wieder so überfüllt das ist ja wahnsinn immer aber der unterschied ist ja nicht so groß also im grunde ist es egal ja lese die einfach hier wollen wir gleich rein dann also das machen wir nicht mehr heute dann machen wir ohne kettensäge gut dann machen wir die pause perfekt mit dem abschluss eine kettensäge gefunden dann bis zum nächsten mal im schwimmbad bis dann